Es ist nicht so laut, es ist nicht so laut, moin Leute, willkommen hier, ne, PUBG und so, in der Runde Solo, äh, First Person Player, ah, in PUBG, you know, they're all shooting like crazy, man. Guck mal, es geht keine Sonne mit, ne, es geht keine Sonne mit, auch Ruin ist keine Sonne mit, jetzt hier Loote, ah, das ist gut, das ist gut. Jawohl, na, kam. Na, immerhin, ne, oh, ohne 3er Weste, geiler Scheiß. Ich find's aber krass, wenn Leute irgendwie so wirklich 30 Kills, äh, in einer, in einer Runde holen, ich seh nicht mal so viele Gegner. Und ich krieg's euch echt nicht geschissen, Schule oder Military runter zu gehen und dann da aufzuräumen, weil das ist immer so viel Action da. Wenn da lebendig rauskommst, hast du locker teilweise 10 Kills direkt schon am Anfang. Du brauchst halt Glück. Schüsse kommen aus, äh, was ist da oben? Pochinki, genau so ist das. Pochinki. Ach, mein Nasio, was ist los hier? Ich werd Koks geballert oder was. Krieg ich den, ne? Scheiße. Okay, ich weiß, dass er unten anhält. Der hält, oder fährt er weiter? Weil er hat ein Pferd, ein Auto auf der Straße, okay. Das ist aber nicht er gewesen, der mit nem Moped, der ist hier unten anhält. Ja, lass da unten drinnen. Scheiße, wo ist der? Scheiße, wo ist der? Hat der jemanden gesehen da hinten? Warum hat der hier angehalten? Okay, ich muss kurz runter, weil der unten am Horst, der hat mich jetzt auch bestimmt safe gehört. Boah, ich spraye, wir sind spaßtig. Was, ne Pussy. What a pussy! Da sieht alles gut aus, aber hier ist halt immer so offenes Feld, ne? Das ist das Problem. Jetzt hier rüber steppe, so, ich hab halt keine Deckung. Ich möchte aber auch jetzt wirklich nicht mit dem Motorrad fahren, so, das ist irgendwie... Man ist so ein leichtes Ziel, weißt du? Du musst ihn mal anhalten, um abzusteigen und stirbst du. Ich hab den nicht gesehen. Das ist genau das, was ich meine, Alter. Okay, ich könnte dann zur Not... Ich könnte zur Not echt gleich, äh... Mit dem Moppet fahren. Hab ihn gesehen. Er trifft gut, er hat irgendein Scope, irgendein großes Scope auf jeden Fall. Aua, 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 shit, Alter. Der hittet richtig gut gerade. Hat er ein Achtfach? Alter, wie hittet der denn? Ich pieg nur ganz kurz. What the fuck? Jawoll, Hedy. Hedy ist da. Oh, aber ey, ohne Spaß. Ich hab kurz gepiekt, direkt hit. Was ein Typ. Okay, das Ding ist, ich muss jetzt Moppet nehmen. Ich muss jetzt, ich muss Moppet nehmen. Ich werde den jetzt auch nicht looten. Ich hab eigentlich noch... Ja, ich hab voll viel... Ich hab, glaub ich, gerade drei Ersthilfe-Sets, ne? Kids ver-ver-ge-wasted für den einen Spasti da, ey. Aber ohne Spaß, der hat echt mich schlecht getroffen, ey. Der hat mich immer direkt gehabt. Scheiße, vor mir direkt vor einer. Ich muss noch wegfahren. Oh, links von mir auch. Was ist hier los? Vor mir auch. Hör mir doch auf hier. Ich fahr ein bisschen weiter jetzt. Das ist mir zu risky alles hier. Da waren gerade drei Typen gewesen. Einer auf dem Berg... Also zwei auf dem Berg und einer rechts in dem Compound. Lauf, 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 lauf. Jo! Im Sprung, Junge! Frickte Mongo-Action! Er hat nichts. Ist das dein fucking Ernst, Junge? Er hat nichts. Okay, warte mal. Wie sieht das aus? Ich hab noch zwei... Von Energy her und von... Zwei Packs. Das geht schon klar. Alter! Ich hab den noch nicht mehr gesehen, ne? Oh. Okay, Schüsse von da. Hier drüben war irgendwo noch einer gewesen. Okay, Zone, komm, Zone, komm, die muss laufen. Ja, ich seh den, ich seh den laufen da hinten. Ich versuchte. Ich versuchte so hart. War vielleicht auch nicht das Schlaueste. Jetzt weiß er nämlich, dass ich von dir geschossen hab. Dann wird der bestimmt gleich irgendwie kommen. Also... Ich switch mal auf meine AK und fang ihn ab, wenn er mich jetzt pushen möchte. Das Problem ist halt, von links da... Okay, da wird noch geschossen. Links hat auch noch welche gewesen, ne? Compound-mäßig. Ich schaue den Erdrop ist da. Die Küche ist richtig close. Oh, fuck, die Zone ist ja hier. Ich booste mich kurz so hoch. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Seht er mich auch? Ich hoffe, er nicht. Okay, ich will den Clean Shot haben. Ich will den Clean Shot. Bleib mal bitte stehen. Ich muss mich bewegen. Ich hätte den Kopf holen sollen. Fuck. Wie weit ist denn die Zone weg? Oh, fuck, ich hab die lange Seite. Scheiße. Okay, das wird jetzt ein bisschen heftig, ey. Ich muss jetzt nämlich bei ihm vorbei, wo er war. Oder ich versuche ein bisschen... Ich hab halt nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit und die lange Seite, das heißt nicht so gut. Ich müsste mich noch eigentlich hochboosten nochmal kurz. Dass ich auch schneller rennen kann und mich besser auflade. Weil Booster hab ich ja genug. Ich war mir grad ein bisschen Angst, weil der ist halt... Ich laufe halt jetzt hier im... Oh, da vorne ist ein Smoke. Ach du Scheiße. Oh my goodness. Ich muss hier rüber. Ich hab sonst keine Zeit mehr. Ich muss hier rüber. Ist da jemand ein Schali? Auch nicht so geil. Ich bleib hier stehen. Komm schon mal schneller. Bois, Alter. Alter. Oh my gosh, ey. Ah. Einer noch. Und ich... Er muss zu mir... Jawohl. Ja doch, er muss zu mir kommen. Ich weiß halt ungefähr, wo er ist. Ich weiß, dass er irgendwo im Südosten ist. Da hat nämlich grad noch jemand geschossen. Problem ist halt auch, er hat ein Schali. Hab ihn gesehen. Ich screw den Shot, Alter. Ich bin behindert. Ich bin richtig behindert. Nein! Ich bin so behindert. Ich bin so behindert. Ich hatte ihn im Scope. Er hat mich nicht gesehen. Ich hätte wirklich einen Shot auf den Kopf geben können. Und ich screw's. Dann warte ich... Er heilt sich. Ich warte zu lange und renne dann los. Wenn er fällt... Oh, das ist so... Oh, nee. Ich hatte ihn im Scope. Er sitzt da. Ich hätte wirklich zielen können auf den Kopf und ihn töten können. Und dann schieß ich paar Mal daneben, Alter. Davor die übelst geilen Shots, weißt du? Zack. Und den einfachsten... Das ist immer so. Das einfachste schafft man immer nicht, ey. Oh, ist das ärgerlich. Oh, das tut grad richtig weh, ne? Egal. Aber trotzdem, für die erste Runde heute am Tag war es super. Besser als ich erwartet hab. Aber das war gerade richtig dumm. Oh my God, ey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen. Da stream ich mich häufiger PUBG. Und hier werden auch noch ein paar PUBG-Videos kommen. Ich werde jetzt häufiger Videos hochladen auf dem Kanal hier. Also abonnieren, abchecken. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.